In andere Länder Arbeitsplätze schaffen, das kurbelt die Kaufkraft in Serien an. Stärkt die Wirtschaft auf dem europäischen Kontinent eine Wohlstandsversicherung in Serien? Die deutsch-serbischen Beziehungen sind sehr gut. Und zwar nicht nur wirtschaftlich, sie sind auch politisch sehr gut. Und gerade deshalb hat ja auch unsere deutsche Stimme hier, wenn wir zum friedlichen Ausgleich aufrufen, wenn wir zur Kooperation auffordern, Gewicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Europäische Union bietet enorme Chancen, gerade auch für den wirtschaftlichen Aufschwung, für den Wohlstand, auch für eine gute soziale Entwicklung ihres Landes. Und ich denke, das ist ein Ziel, für das es sich lohnt, hart zu arbeiten, auch das notwendige Maß an Kompromissbereitschaft und Flexibilität zu zeigen, das nun mal in einer so großen Gruppe wie die Europäische Union stets dazugehört. Dialog, kooperation statt konfrontation. Ja. Das ist ein Ziel. Das ist das, dass es sein? Die europäische Union ist das in vielen Herausforderungen mit einem Diesen. Das ist es wichtig, dass die Europäische Union sind, das ist das nur das, das ist uns zächstes, die Europäische Union, die es nicht vollkommen so weitermoo sind. Das ist das dann, wo man sich nicht zu約onsen der Europäische Union übertragen, darüber nachdem man sich zu hören, das ist ja bestimmt, die Europäische Union sind, und die ich für die Gründung des Kupštines, die ich nicht um die Frage des Kosovo. Wir sind bereit für einen konstruktiven Bericht mit allen, vor allem mit uns um die Zeit, ist, wie es gut auf die Frieden und die Stabilität und die Pete-Geräusche und die Zeitung, und wie es gut auf die Zeit Das ist eine gute Zeit für die Welt. Vielen Dank. Vielen Dank.